Als Abgeordneter im Bundestag verdient Kevin Kühnert jeden Monat 10.591,70 Euro. Hinzu kommt eine monatliche Aufwandspauschale in Höhe von 4.725,48 Euro, die wunderbarerweise übrigens steuerfrei ist. 4.700 Euro steuerfrei, das allein sind ungefähr 8.000 Euro, die Kühnert brutto verdienen müsste. Vor wenigen Tagen hat die FAZ die Nebeneinkünfte der Abgeordneten ausgewertet und kam bei Kevin Kühnert auf weitere 108.000 Euro im Jahr. Vermutlich für seinen Posten als SPD-Generalsekretär. Wir haben also mal den Taschenrechner zur Hand genommen und ausgerechnet, was Kevin Kühnert insgesamt im Jahr verdient. Halten Sie sich fest.